Leute, jetzt ist viel besser die Grafik. Ich habe bis jetzt 51 Akku. Und das reicht. Das reicht mega lang. 51 ist auch mega viel, aber ja. Das muss echt nicht mehr laden. Also ich, erst bei 20 laden ich, also ja. Also Leute, lasst ein Like da, ob ich da mal einen Fussballplatz machen muss. Lasst ein Like da, wenn ich mal Fussball mache. Und ja. Irgendwas ist mein Handy kaputt, ich glaube. Lasst ein Like da, wenn ich mal Fussballchallenge mache oder nicht. Also, ich werde mich gerne freuen, Fussballchallenge machen. Aber es ist noch nicht wahr. Also es ist noch nicht sicher, wenn ich überhaupt Fussballchallenge mache. Und das mache ich auch dann mit diesem Kanal. Und ja. Ihr könnt mal, ihr könnt mal an die Kommentare schreiben, was für Fussballchallenge soll ich mal machen mit meinem Kollegen. Und dann mache ich es. Dann brauche ich eine Kamerahilf. Und jetzt mal gucken, wie das ist. Aber ansonsten werde ich mich freuen, Fussballchallenge. Wie gesagt, Leute. Ich mache mal etwas anderes. Fussballchallenge. Maken oder nicht. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt. Fussballchallenge, was für Fussballchallenge. Und dann mache ich es dann, Fussballchallenge. Aber lasst ein Like da, lasst mal abonniert den Kanal. Zwei Abonente zu verpassen. Mich zu verpassen. Und ich werde mal sagen, das war es mit diesem Video. Aktiviert die Glocke. Dann erfährt ihr immer neue Benachrichtigungen. Also Leute, schreibt die jetzt in die Kommentare. Es ist noch nicht sicher, ob ich Fussballchallenge mache. Aber schreibt trotzdem in die Kommentare. Fussballchallenge, was für Fussballchallenge. Aber ich weiß noch nicht. Es steht noch Fragenzeichen. Aber ja. Ich werde mich sicher freuen. Aber ja Leute. Was auch immer. Aber ich finde es schon cool, bei FIFA Challenge mitzumachen. Und was wir überhaupt noch machen können. Und wenn ich überhaupt Zeit habe, Fussballchallenge machen, ob die die andere Zeit auch habt. Die Zeit. Die anderen müssen auch Zeit haben. Aber ja. Ciao. Mir freut mich schon. Fussballchallenge. Vielleicht. Fragenzeichen.